Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Uncharted 2. Wir sind hier stehen geblieben bei dem Kampf gegen den Maschinengewehr, genau. Den wir hoffentlich jetzt gewinnen. Und ich glaube nicht, er war hier voll mit zu machen. Ey, beruhig dich mal da hinten. Ich will nicht nochmal sterben. Ich bin in letzter Folge zu oft gestorben. Geil. Ist das dafür geplant? Wenn, ist es auf jeden Fall gut. So und... Auf beiden Seiten, okay. Er ist euch. Putt, putt, oder? Jetzt kommt er noch ein Scharfschütze. Das ist nicht schön. Alter, beruhig dich da hinten mal. Merkst du, dass du mich nicht triffst? Oh nein. Scheiße. Oh, perfekt. Ich bin hier. So, jetzt kommt erstmal die netten Leute da. Okay, so schnell kann man es auch erledigen. Und los geht's. Klingt das... Oh, geil. Ich kann ja auch mehrere Wege gehen. Ich bin nicht hier. Du siehst mich gar nicht. Ich lasse mal kurz nach. Jetzt komm. Ich will Schüsse jetzt noch abhaben. Meine Güte. Du stirbst nicht einfach. Oh, falsche Waffe. Nein, 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 nein. Deckung, Deckung, Deckung. Einmal. Genau. Scheiße, das fand ich so gut, glaube ich. Und noch einmal für den zweiten Typen. Der Typ werft ja auch schon. Wo bist du? Und nochmal. Und dann geht er down. Okay. Dann machen wir 4 wieder suchen. Meine Güte. Beruhig dich mal. Egal, was der genommen hat. Sollte weniger nehmen. Okay, 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 okay. Wir haben es geschafft. Was ist das denn da für eine Waffe? Ach, die, nee. Okay. Wo geht's her? Ah, eine Pudde. Jetzt hört er auf zu schießen. Idiot. Ich liebe diese Waffe. Oh, ich weiß nicht, wo ich bin. Okay. Hinter dir. Tschüss. Alter, wieso? Nein. Los, weiter. Nein. Tschüss. Los, los. Nase, geh an das Maschinengewehr. Ähm, okay. Ich hab' ich auch meinen Spaß hier. So, alle wegquatzeln hier. Oh, hallo. Munteres Treffen von Leuten, die selbst noch begangen sollen. Ich find' ich schön. Oh, oh. Ich hab' gefühlt, dass ich ihn da bin. Noch 200. Der Vergenauigkeit geht auf jeden Fall grad runter. Schon erst am meisten da hinten. Oh, Mann, tschüss. War's das? Gut. Machen wir weiter. Kommst du rüber? Ah, ich bin auch schnell. Wir kriegen die Tür nur zusammen auf. Dann hält mit. Oh, so. Ich lass' jetzt halt die Tasse jetzt nicht los. Natürlich. Erstmal uns das Kopf zerquetschen lassen, fast. Danke. Und los geht's. Uah. Ah, leider. Wo? Wo ist das verdammte Seil? Wäää. Da ist ein Seil. Ich will hoch. Ich will hoch. Danke. Manchmal ist es echt. Und wie komm ich jetzt runter? Wenn ich schon runterspringen, bin ich tot. Ist doch der richtige Weg hier. So. Ich will runter. Ja, jetzt nimmt das an. So, dann rüber. Ja, genau. Und tschüss, tschüss, tschüss. Und runter. Tada. Was für eine Meisterleistung. Hab das Seil gefunden. Okay, hier ist das Seil. Tag! Ich hab's! Ich hab's gesehen. Ich geh mal weiter, ne? Okay, mir nach. Kommt sie. Okay. Äh, kann man da dran springen? Tada! Ah, andersrum. Gott. Hoch da. So. Können's aber auch ein bisschen netter gucken. Ich bräuchte ein bisschen Hilfe, komm. Ich muss eben springen. Ich fang dich. Okay. Ich hab dich. Auf jeden Fall. Kreis drücken. Okay. Und schieben, schieben. Genau. Ankunft. Hey, wir können da raufklettern. Komm schon. Ach, wirklich. Wäre ich nie drauf gekommen, dass ich hier jetzt raufklettern kann. Vorsichtig. Wer weiß, wie alt die Bretter sind. Hey, ich hab ein Seil. Dann wirf's rüber. Wieso rätst du die denn jetzt auch immer so? Mach doch mal ein bisschen ruhiger. Wir können Gegner sein. Sieh mal. Da oben. Sind sie da? Ja. Sie bringen Schäfer in den Turm. Verdammt. Komm, wir müssen uns beeilen. Mach doch ruhig hier. Ich hab genug Munition für alle. Muss man gut machen, um dran zu bleiben, ey. Tschüss. Ich dachte schon, ich sterbe jetzt wegen der. Das wäre jetzt nicht so lustig gewesen. Oh. Einkunft. Verschlossen. Unmöglich, hier durchzukommen. Okay. Ich suche einen anderen Weg. Von der anderen Seite. Du wartest. Sei aber bitte leise. Wir dürfen keine Aufmerksamkeit erregen. Leise. Okay. Geht klar. Hat natürlich keiner gehört, wie wir gerade eben rumgeballert haben, ne? War ja total leise. So, einmal hoch hier. Bitte, bitte. Tada. Einmal kurz was benutzen. Einmal in der Luft schweben. Können auch nicht viele. So, wie komme ich jetzt weiter nach oben? Oh, schön. Wieso stöhnt denn da immer so, oder? Okay. Ein Brett ist auf jeden Fall schon mal kaputt. Leise. Schnell weg. Schnell weg. Ich habe keinen Bock, dass die Gegner mich hier kriegen. Und hoch. Und. Yo. Ja genau, wir klettern mal. Moment. Ist gut. Scheiße. Kann mich gleich töten. Wortwörtlich. Geil. Das war eigentlich nicht so geplant. Aber. Wenn er schon mal so funktioniert. Ja, kletter weiter. Oh Gott. Mal rüber. Und jetzt mal. Mysteriös. Wie kam das Brett da wieder hin? Okay. So weit war ich gerade eben auch schon. Nein, 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 nein. Nein. So, jetzt kletter ich einfach mal weiter. Gucken, was dann passiert. Normal dürften mich ja auch hier oben gar nicht sehen. Und. 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 Hoppala. Ähm. Hallo. Du hast nichts gesehen. Du stirbst. Oder falsch. So. Jetzt wird es glaube ich mal ein bisschen lustig. Was ich auf Versuch hier. Na, es funktioniert glaube ich nicht. Ich will da eine Granate runterwerfen. Das muss eigentlich funktionieren. Letzer. Verdammt. Da ist er. Natürlich. Ihr wisst auch direkt wo die Granate herkam. Als ob. Oh, hallo. Schön, dich hier zu sehen. Ist aber mein Platz. Oh, schau drüber. So. Tschüss. Was? Ich bin kein Schwergewicht. Was wär's hier oben? Okay. Ich bin ein Verbündeter. Schieb nicht auf mich. Es war da schön. Bitte. Oh, das kommt nicht von oben. Oder? Komm, dir schön. Auch schön synchron wie die hier liegen. Au, au, au. Lass mal's. Tut doch weh. So. Und so. Und. Oh, ich muss mal nicht nach. Bessern. Hallo. Erledigt ihn. Nein. Müsst ihr nicht. Nur wenn ihr wollt. Ist aber nicht ratsam. Aua, aua. Noch. Haha, bin hier. Tschüss. Autsch. Au, das hat sicher weh. Okay. Jetzt räumen wir unten mal auf. Granate. Boom. Natürlich, ihr wisst doch alle direkt wo ich bin und bin jetzt gleich wieder direkt wieder tot. Oh, bleibt genau. Bleibt genau da wo ihr seid. Boom. In den Rücken. Mir gefällt die M4 mein Besser. Granate. Extra für dich. Eine andere Waffe geholt. Ja, ich bin raus. Ah, verdammt. Äh, Granate. Was war das denn? Wir sind gerade erst echt, meine, die Sterbefolgen hier von Uncharted. Mein Gott. Richtig. Oder falsch. Yeah. Oh, geil. Muss gar nicht, was das hier geht. Jetzt schnell. Sie sind hier. Nein. Scheiße. Bis dann. Wieso lebst du nur noch? Komm, hallo. Wo bist du? Da. Nochmal Kopf und nochmal Kopf. Ey, ihr übertreibt direkt mit dem Schießen. Wisst ihr das eigentlich? Das war für euch. Bis. Bleib hier oben. Du bist tot. Nein. Bleib hier oben. Könnt ihr machen, was ihr wollt. Oh nein. Bitte nicht. Will nicht nochmal sterben. Wo bist du? Yay. Nein. Direkt mal in die Schüsse des Gegners gelaufen. Äh, du. Ja, ich wollte gerade sagen, du weißt, wo ich bin. Bist du tot? Fein so. Schön. Ach nee, die Waffe war geschützig. Da. Nö. Nein, du lebst doch noch. Ich wusste... Und wo schießt ihr denn jetzt noch? Halt, ihr seid Assis. So, dann kommt doch. Ich habe eine schöne Waffe für euch. Nein, ich lebe noch. Kommst nicht hoch. Habe ich was gegen. Bleib unten. Du auch. Zwei Schüsse habe ich noch. Jetzt hat es nochmal Spaß. Wenn man die Taktik rausgefunden hat. Oh, hallo. Ui. Scheiße. Scheiße. Nicht gerade leise. Das ist der Stimmkirr mit der Panzerpaust. Ja. Der... Wo ist denn der überhaupt? Ich glaube, ich habe einen... Alter. Jetzt kriegst du einfach was ab. Tschüss. Deckung. Okay, ich habe leider keine Granate. Nur ein Präzisionsgewehr. Wieso werft ihr so präzise? Geht mal langsam nicht auf die Nerven. Scheiße. Scheiße. Schiebt dir recht. Nein, das war doof. Das war sicher doof. In Deckung. Nein. Was? Der hört dich nicht mehr. Der ist tot. Lebt im Panzerpaust hier. Ja, klar. Das sehe ich, wie er lebt. Scheiße. Komm, tötet mich freiwillig, ey. Entsterb da oben nochmal. Am besten warte ich, bis der hier seine eigenen Leute tötet. Schieß nochmal. Was hat denn? Komm, Feigling. Jetzt. Warte. Wie schnell kriegst du denn dein scheiß Schild hoch? Ja, danke. Mann. Die treffe ich mir die scheiß Schaf. Jetzt. So. Oh nein. Er ist tot. Ich war zwei Heifel langsam. So. Scheiße. Ich brauch schon keine Granate, Mann. Bleib mal in Deckung kurz. Probier mal. Vielleicht geht's mit der Shorty mal. Mit der kleinen. Ich glaube nicht. Mach sie fertig. So. Sterb, Felix. Oder du einfach. Nein, Mann. Hallo. Meine Güte, ey. Sterben leicht gemacht. Aber wie ich mich noch öfter killen lasse in dem Spiel. Das könnt ihr in der nächsten Folge beobachten. Würde mich freuen, wenn ihr reinschaltet. Also bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Alors. Tschüss. mismos. AAA hackt.